Ach ne, ist das nicht alles wundervoll? Okay, das war ja alles andere als gut. Hey! Ich muss wirklich sagen, das ist bisher mit Abstand die unangenehmste Pro-Change, die ich bisher gemacht habe. Ja, kommt, falls was was. Beeil dich nur ein bisschen bei deinem Scheiß, den du immer vorhast. Ja, das war ein Spine-Twins-Fair, aber leider nicht hoch genug. Oh Mann, 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 Mann. So, und jetzt... Ich schaff's nicht. Ich bin eben wieder durchgeglitscht. Jetzt kommt langsam wieder... Ich glaub, hab ich nicht hier auch die Glatze gehabt mit meinem Skater? Ich mein schon. Hier von wegen... Uah, Bugs und so, ne? Das war ja, glaub ich, größtenteils in diesem Level. So, ich glaub, vielleicht klappt's noch rechts besser. Ja? Fick dein Knie! Echt? Du scheiß... Ah, du mit deinem kackten Muskelschirm kannst auch weggehen. So, und... Und... Man sollte vielleicht auch Richtung Railways springen. Äh, Richtung Bowl. Das wäre vielleicht auch ganz sinnvoll. So, und hopp out! Warum nicht, Mann? Da war doch fast drüber. Warum zählt ihr denn nicht auch? Ich mein, okay, das war natürlich super leicht, aber ist doch egal. Doch warum, Mann? Ich hatte... Ich find, sobald ich das Bein da schaffe, das ist sowieso schon schwierig genug, da den Kack-Wopper zu schaffen. Aber ich find, sobald ich das schaffe, dann sollte der den zählen. Ich seh jetzt da grad... Ihr habt's ja grad gesehen, wie das war. Also, wie ich das mit meinem eigenen Skater geschafft hab. War ich wirklich so hoch? Okay, das war nix. So, machen wir hier 90 Grad. Man! Ich hab nicht mehr so viel Zeit, Herrgott. Oh, ich glaub, hier werden wir noch ungefähr 6 Stunden verbringen. Nein! Es ist, glaub ich, wenigstens spannender als Gaps, weil hier überhaupt was passiert. Ja! Nein! Warum nicht, Mann? I hate you so fucking much. Bitch. Ich hab sogar die Beine extra hochgezogen mit dem Japan Air, damit ich wirklich über dem Holz bin, wie so diese, die, die, die Stab-Hochspringer, wisst ihr? Die ziehen auch immer alles hoch, damit sie... Ja, nicht berühren, irgendwas. So. Nein! Ich hab doch nicht mehr viel Zeit, Mann. Okay, der Ken-Wall bringt mir einfach mal gar keine Special-Leiste mehr. Finde ich auch nicht schön. Das hab ich zu spät gepeilt. Gut, komm. Nochmal, weil's so schön war. Und sonst, wie geht's euch so? Ich bin wirklich so gut gelaunt, dass ich hier gar nicht... Äh... Mir ist das gar nicht stört, irgendwie, dass ich die ganze Zeit hier feile. Vor allem, einerseits hab ich natürlich die Gaps... Die Gaps hab ich jetzt hinter mir, genau. Und, ähm... Das war scheiße, was mach ich denn da? Wahrscheinlich schaff ich den gleich aus Versehen, diesen... Diesen Water-Tower-Bitch-Gap. Nein! Gott. Ja! Okay, der... Der ist mittlerweile wirklich kein Problem mehr. Das gefällt mir natürlich sehr gut. Nein! Nicht reinspringen! Mann! Ffff! Äh... Gut, ich werd jetzt mal... Vielleicht... Vielleicht bringt mir der Spine-Transfer hier mir die entsprechende Höhe, die ich vielleicht brauche, um da rüber zu gelangen. Opa! Nicht reinspringen, Mann! Das ist nämlich genau die Kacke, die ich mit dem Boden das meinte. Zum einen gibt der mir zwar Höhe, das ist ja auch alles schön und gut, gefällt mir natürlich auch. Aber wenn man den nicht im richtigen Timing macht, springt der dann aus der Pipe quasi raus. Und ich hab das Timing momentan scheinbar überhaupt nicht drauf, weil mir das das dritte Mal in Folge passiert ist. Äh... Aber wenn man das zu spät macht, dann zieht der nicht eher so hoch, wie das eigentlich machen sollte. Das heißt, es ist wirklich... Ich krieg das einfach nicht mehr hin. Ich soll das einfach mal ohne Boneless versuchen, aber dann schaffe ich das ja scheinbar nicht, so wie es aussieht, ne? Ich versuche es mal. Höppa! Und... Okay. Folge mit der hier sei dagegen. Was soll's. So. Okay. Ich kann mir vorstellen, mit dem Spy Transfer und dem Boneless könnte es vielleicht sogar funktionieren. Warum? Warum, warum, warum? Schalalala. So. Ich will einfach den Django fett hier haben. Es funktioniert einfach nicht mehr. Ja, bitte we spawnen mich. Danke. Gut, dann mach ich das nicht mehr so, sondern mach's einfach auf die obligatorische Art und Weise. Höppa! Und... Hoffnung haben, dass es vielleicht irgendwann doch mal funktioniert. Ach, komm. Bitte we spawnen mich. Bitte, bitte, bitte. Danke. Ja, Switchback Manual Combo, dieses Drecksding, ey. Das hat mir echt Nerven gekostet. Glaubt der gar nicht. Höppa! Warum fällst du denn da immer hin, Mann? So. Genau, den muss ich machen, nur von der anderen Seite. Ach, komm. Ich wollte nicht hinfallen, deswegen hab ich mal direkt mich gerettet oder versucht zu. Ja! Ja! Okay. Achso, Inside the... Nein! Ich muss wieder rein, schnell! 50.000 Punkten Combo ist kein Ding. Denk ich mal, oder? Okay. Ja, okay. Okay. No, transfer from the water tower to the pools with a special trick. Backfoot... Backfoot flip, nose clap. Okay. Egal. Oder wo fang ich jetzt an? Jetzt fang ich wieder drinnen an. So eine Scheiße. Ich muss wieder schnell da rein. Oh mein Gott. So, okay. Komm. Ja! Danke. Do a special lip trick on the top of the water tower. Was ist denn das Gromit? Nein! T-t-t-t-t-t-t-t-t-t. Komm. Was ist denn hier? Was haben die denn? Ach, da oben! Okay, ich verstehe. So, okay. Mach doch mal hier diesen scheiß normal special Dings. Das ist, weil ich nicht komplett gerade bin. Gerade bin, wollte ich sagen. Komm, ich habe nur eine Minute Zeit. So, okay. So, und... Jetzt aber. Gerade. Na, warum macht ihr den Scheiß nicht, Mann? Ich kriege ja einen verfickten Kackreiz. Ich hasse das, wenn die nicht diese scheiß Kack-Special-Tricks machen, die sie machen sollen. Äh, Lip-Tricks. Aber ich meine... Okay, wenn ich so extremst schief bin. Klar, kein Thema. Aber... Hallo? Ich sehe gar nichts mehr. Ja, gut. Aber jetzt... Äh! Ah, oh, Mann! Scheiße, Mann! Okay. So, nochmal hier den hier. So. Der macht... Der grindet immer. Das ist zum Kotzen, wirklich. Okay, komm. Der will das nicht, Mann. Das ist scheiße, echt. Mann, oh, ich schaffe das nicht. Nein, das war der falsche. Das war der falsche Gap. Scheiße, nein! Komm, nochmal. Wie lange nehme ich jetzt auf? Viertelstunde. Ein kompletter Part wieder für den Arsch. Sehr gut. So, zack. Hey. Okay, das letzte ist auch noch ziemlich knackig, muss man sagen. Komm, ich brauche jede Zeit der Welt. Die ersten drei Sachen will ich wirklich in einem Rutsch erledigen. Weil die sind wirklich nicht schwer. Junge, mach doch mal das, was ich dir sage, Herrgott. Ja, hier ist der Handflip, blablabla. Zack. Zack, zack. So. Ja. Und zack. Und ich will direkt den... Okay, komm. So, machen wir das so. Und hier. Schade. Schade. Man muss das Ganze herrgisch sagen, sonst ist das wirklich nicht schade. Und es war nichts. Es war einfach nichts. Nein. So. Und hier. Nein. Ach, verdammt nochmal. Das Schlimme ist, ich darf noch keine Ruhe haben, weil sonst reicht die Zeit wirklich nicht aus. Von da aus klappt das irgendwie nicht. Ich habe keine Ahnung, wieso. Ah, Mann, oh. Bäm. Und aufs Brettschirn. Ja, applaudier mir. Danke, gerne geschehen. Ich muss hier mal ein bisschen Gas geben. Weil dieser Water Tower scheiß Ding gab, ne? Super high Spy Transfer des Todes ist scheiße. Das hier hat eigentlich ganz gut geklappt, der Eggplant. Allerdings habe ich da jetzt wieder Probleme mit, aus irgendwelchen Gründen. Ich kann sie nicht definieren. Das ist doch scheiße, ist das nicht. Ja, dankeschön. So, zack. Ja. Boah, wie geil war das denn? Ich habe es direkt beim ersten Mal geschafft. Ich kriege ja ein Rohr. So, das dürfte jetzt reichen. Bäm. Okay. Puh. So. Nein, nein. Ich muss da noch höher. Ich muss bis zu dem Typen, der da oben steht. Und dann, glaube ich, denke ich mal auf dem Deck. Das heißt, wieder 90 Grad Trick vielleicht irgendwie. Okay, das war... Ja, ist egal. Komm, ist... Ist okay. Das ist richtig hart, wirklich. Boah, jetzt würde ich gerne so ein Safestate haben. Echt, äh. Okay, ich bin jetzt sehr konzentriert, wirklich. Ich finde, man sieht da einfach nichts, wenn man da hochspringt. Das hat man ja gerade gesehen. Nein. Ich muss noch ein bisschen Höhe herzaubern. Nein. Sobald ich auch nur eine Millisekunde auf diesem scheiß Deck bin, werde ich sofort loslassen, damit ich den scheiß Ohr-Ja stehe. Nicht reinspringen, Junge. Mann. Aber wir kommen wenigstens ein bisschen voran. Ich meine, wir haben zwar jetzt noch nichts erreicht, aber das, was wir vorhaben, das sieht ja immer besser aus mit der Zeit, so ein bisschen. Ich bin lieber den, weil ich... Irgendwie kann ich nach rechts besser den Speed holen. Ich weiß zwar nicht, wieso, aber... Oder auch vielleicht auch nicht. Vielleicht täusche ich mich doch einfach nur. Das ist einfach nur... Einbildung. Okay. So, okay. Ich hole nochmal mit dem Spine-Trance-Fair vielleicht ein bisschen mehr Speed. So, okay. Nein. Okay, ich habe einen 950 Kickflip gemacht. Das ist natürlich sehr schön. Wahrscheinlich Weltrekord oder so. Das war ein scheiß Bein-Transfer, der hat mir definitiv nicht genug Höhe gegeben. Das Gute ist ja, ich muss eigentlich nur noch quasi diese eine Sache schaffen. Das kann innerhalb von einer Sekunde passieren, das kann aber auch noch 20 Jahre dauern. Ich hoffe mal nicht, dass die 20 Jahre auftreten werden. So, und jetzt... Hüppah! Nein, ich komme nicht so hoch. Nein. 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 Ups, ah! Mein Gott, das war knapp. Entschuldigung, ich wollte euch nicht anschreien. Das war einfach so ein bisschen Schock. Jetzt nicht auf Ort. Help out! Nein, Mann, nicht da, sondern noch ein Stück höher, bitte. Okay, das wird nichts. Mann, oh. Ich habe euch mit jetzt gelesen, das ist wirklich, also das ist wirklich, wir haben die jetzt so schön beschrieben, a pain in the ass, diese Aufgabe. Deswegen fände ich es natürlich umso schöner, wenn wir die doch vielleicht nochmal irgendwann schaffen würden, das wäre natürlich ganz schön. Ja, aufs Dach ist doch kein Problem. Warum reicht nicht dieses scheiß Dach aus? Warum muss da oben noch so ein Typ stehen, der ungefähr gefühlt acht Meter groß ist und hält noch so ein kack Deck in der Hand, bei dem ich dann ein Lipptück machen muss. Okay, das war's. Das war's. Oder? Habe ich noch eine Chance? Ich weiß es nicht. Ich kann es so versuchen. Ja, mit dem Weaver, genau. Hehehe. Wirklich. Pfff. Oh, mein Gott. Ich bin wieder so produktiv, das ist unglaublich. Und wenn sich jetzt jemand beschwert, so finde ich so, äh, das ist ja langweilig, dann könnt ihr mich mal sowas von fest nennen, das glaubt ihr gar nicht. Ich meine, Lipps okay, weil, ne, das ist dann vielleicht wirklich eine blöde Rumpffahrerei, das verstehe ich auch voll und ganz. Aber sowas hier, ne, ich meine, ich gebe ja schon mein Bestes, was soll ich machen? Soll ich das Spiel hacken? Oder einfach sagen, nö, da mache ich den Scheiß doch nicht. Das war, ne, das war jetzt doof. Weil das könnte ich auch nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, das einfach nicht zu tun. Das geht nicht, ne. Was tue ich denn hier gerade eigentlich? Ich fahre hier gerade die ganze Zeit mit dem Blut rum. Zack. Und höppah. Und, ach, verdammt. Das Geheimnis ist, aus dem 90 Grad Winkel möglichst gerade wieder, äh, auf die Peipen zu kommen. Ja gut, aber ich weiß nicht, wenn ich nach links fahre, dann klappt das irgendwie nicht. Dann habe ich bei weitem nicht so viel Speed und nicht so viel Höhe. Jawoll. Sehr schön. So, und höppah und... Nein, warum zählt der jetzt nicht? Das war doch gerade genauso. Das sind wirklich immer nur Millimeter, die mir dann scheinbar fehlen. Ja, Poolchange oder was weiß ich. Nicht, oh, du sollst in den anderen verfickten Pool, du Pisser. Ach, komm. Häppah. So, und häppah. Ja. Jawoll, sehr gut. So, und hä-hä-hä-hä. Bam. Bam. Das reicht. Wuppah. Ich muss jetzt erstmal wieder gerade kommen, irgendwie. Ja, genau. Wuh-hä-hä-hä. Das kostet natürlich wieder unnötig Zeit. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. So. Kurz rein. Specialiste. Specialiste auffüllen. Ah, ist die so nicht gefüllt, Mann. Die sind nicht gut. Ja, jetzt ist sie gefüllt. Einmal springen und dann einmal den Nose flippen. Ah, pfff. Sehr gut. Ich weiß nicht, welche Strategie ich lieber nutzen soll. Diese hier, oder? Das hätte sowieso nicht gereicht. Nein, Mann. Und das ist das Nervigste, weil es kostet wieder so innerlich viel Zeit. So, wie ich den Lip-Twig an dem Wasserturm mache. Kein Problem, weil das, äh, geht ja ziemlich schnell. Dann lasse ich einfach wieder los und gut ist. Aber wenn ich dann noch... Ah, nein. Und dann hier so eine Scheiße. Und dann fange ich wieder da oben an und bin auf der ganz falschen Seite. Am anderen Ende der Welt quasi. Nein. Ah, okay. Das Schlimme ist, von der Breite her hat man auch so wenig Platz, den Typen da wirklich zu treffen, dann im Endeffekt. Ja, okay. So wird das nix. Jetzt neuer Versuch auch nicht. Okay. Und neuer Versuch auch nicht. Scheiße. Hup, hup. Sa-pa-ta-ta-pa-pa-pa. So, ich versuch's jetzt einfach die ganze Zeit so. Irgendwann muss es doch mal klappen. Aber so krieg ich irgendwie gar keine Höhe. Ist auch gut. Okay, pfuh. So. Oh, komm, Mann. Tritt den doch immer in die Eier. Vielleicht ist das ja der... Wollt ist im Quarmid-Gap. Ich weiß nicht, wie spät ich den noch ziehen kann, ey. Weil viel später geht gar nicht. Weil ich bin ja schon wieder auf dem Weg nach unten. Ah, Mann. Give me the fucking health. Ja, aber so nicht denn. So nicht.